Und ich glaube, das ist die Antwort im Ausblick. Man muss dort lieber heute mit der Lücke leben und morgen vielleicht einen Schritt auf eine progressivere Lösung machen. Was ich aber im Ausblick sagen möchte, wenn wir auf eine neue Technologie kommen, dann haben wir die Probleme nicht mehr. Das ist eben entscheidend. Ich würde es eben dann lösen. Wir haben zwei Sachen bei neuen Technologien, zum Beispiel bei SharePoint. Eine ist, wir suchen anstatt wir hangeln. Hangeln ist durch die Ordner sich durchhangeln. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und wir suchen eben auf Volltext, wie im Internet, im Google, und nicht auf irgendeinen Dateinamen, die nachher 100% so stimmen müssen. Und wenn der Kib nicht stimmt, kommt nichts, oder? Zweitens sind zum Beispiel Sachen wie integrierte Versionierung, gleichzeitig zusammenarbeiten auf Dokumente und solche Sachen. Einfach Standard. Und ich glaube, das ist die Antwort im Ausblick. Man muss dort lieber heute mit den Lücken leben und morgen vielleicht einen Schritt auf eine progressivere Lösung machen. Und ich glaube, das ist das sehr, sehr wichtig. Jetzt wird es, wie bei mir passiert. Es wird hier Damaschland gefolgt. Und ich gehe jetzt mit dem Lücken einen Schiff aus. Einfaches das, wie beim Lücken das mal auf die Kamera geht. Und ich habe das ein Problem gemacht. Und ich habe das so, was die Abschluss sind. Aber ich habe alles anspr cogente. Ich habe das gemji, was meine Tara hier. Und ich habe das ja schon wieder. Und ich habe das aber auf, wie bei dir ist. Vielen Dank.